Hallo und herzlich willkommen hier, zurück hier zum Euro Truck Simulator 2. Es ist mal wieder Samstag und wenn ich das richtig deute, dann bedeutet es, es bedeutet, es ist Truck-It-Time. Und ich heiße euch herzlich willkommen. Ihr habt wahrscheinlich schon gedacht, ha, der Brilli ist weg, kein Euro Truck mehr, er hat das Projekt aufgegeben. Nein, natürlich nicht, ja. Ja, es war nur so, dass ich in den letzten beiden Wochen echt viel um die Ohren hatte und ich immer gedacht habe, ja, nimmst du Freitag auf, wird schon irgendwie hinhauen. Hat aber dann nie hingehauen, weil ich tatsächlich ganz täglich arbeiten musste. Und ja, deswegen entschuldige ich mich nochmal ganz, ganz herzlich, dass zwei Folgen ausgefallen sind. Ich hatte auch ursprünglich vor, sie zu ersetzen, aber ich hatte auch in der Woche viel zu tun, deswegen ging das auch nicht. Deshalb machen wir einfach heute weiter. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Und ja, wir sind auf dem Weg nach Arnhem. Ich dachte, eigentlich hätten wir das schon gemacht, aber das haben wir offenbar noch gar nicht fertig gemacht. Oder doch? Nee, warte mal. Ach Quatsch, wir sind gar nicht auf dem Weg nach Arnhem, sondern wir fahren nach, was ist denn das? Ist das Hall? Naja, jedenfalls irgendwo da direkt hin. Das ist ganz gut, weil wir nur die Strecke hier fahren müssen und der Rest ist eigentlich nur Schiffsverkehr. Genau. Von Arnhem nach Hall. Und zwar Desinfektionsmittel für ganze 6.500 Euro. Das ist ja easy peasy. Genau, das hatten wir angenommen in der letzten Folge. Mod-Technik hat sich nichts Neues ergeben. Das sind immer noch die 2.1 Pro-Mods und die, ja, diese ganzen anderen Verkehrs-Mods und so weiter. Und ja, ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange drumherum, sondern begeben uns in unsere Fahrerkabine und fahren nach Hall. Denn, äh, ja, ich weiß jetzt gar nicht, ob wir schon unseren, unsere Fracht, haben wir die schon dran? Ich glaube, ja. Ich würde sagen, let's do this. Ähm, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher. Ich finde ja eigentlich unsere, unsere Innenausstattung nicht so schön. Das müsste man mal überarbeiten, aber ich weiß gar nicht mehr genau, wie und wo. Äh, bei, in der Werkstatt glaube ich nicht. Zumindest gab es da nichts dergleichen. Hm, schauen wir mal. Kann sein, dass die Leitplanke hier irgendwie ein bisschen buggy ist. Guck mal. Die geht voll auf die Straße. Das ist ja unfassbar. Ah, ja, ich bin froh, wieder zurück zu sein. Zurück auf der Straße. Mensch, du. Das war ja, ah, liebe Leute, ja, es tut mir wirklich leid. Ich habe mir schon gedacht, ah, die lieben Leute, du, die erwarten Samstag ihre Trucker-Time. Zumindest zwei von euch. Und, äh, da fällt dir einfach aus, um mir nichts, dir nichts, ohne großartige Ankündigung. Ähm, ich würde es ja immer gerne ankündigen auf Twitter, aber ich glaube irgendwie, da folgen mir nicht diejenigen, die halt den Euro Truck verfolgen. Habe ich zumindest das Gefühl, wenn dem nicht so ist, könnt ihr mir mal schreiben, dass ich auf Twitter, wenn es nicht kommt, das ankündigen soll. Weil so habe ich es jetzt mal nicht gemacht, weil ich dachte, ja, pff, liest eh keiner. Und die Leute, die es lesen, interessiert es nicht. Ähm, ob jetzt der Euro Truck kommt oder nicht. Von daher gerne mal schreiben, ob hier vor allem Euro Truck Leute dabei sind, die mich bei Twitter abonniert haben. Weil dann weiß ich, dass ich unter Umständen eben, äh, kundtun kann, wenn etwas ausfällt. So, jetzt aber zurück auf die Straße, Leute, hier. Wir müssen Desinfektionsmittel nach Great Britain bringen. Und das wollen wir natürlich in einer rasenden, ich weiß gar nicht, ob der Auftrag dringend ist, aber das wollen wir natürlich in einer rasenden Geschwindigkeit, äh, machen vorbei an Waterberg. Äh, so, wo muss ich denn jetzt hin? Ich muss gleich schon wieder runter, habe ich das Gefühl. Wieso kommt mein Truck nicht auf die Uhr? Liegt es am Gang? Vielleicht sollte ich nicht so viel reden und mich mal wieder aufs Fahren konzentrieren. Und ich habe das Gefühl, dass ich hier rüber muss. Bin mir nicht ganz sicher. Ähm, auf jeden Fall hier runter. Na, ich gehe doch nochmal wieder hier rüber. Äh, scheiße, man sieht hier nichts. Doch, hier runter. Und dann, abbiegen. Einmal Rägerüben. Und dann sind wir da schon wieder fast richtig. Was ist das für ein Autobahnkreuz, ey? Mein lieber Scholli. Ich muss mich wieder einspielen. Das merkt ihr schon. Zwei Wochen kein Eurotruck. Das bedeutet, ich habe drei Wochen nicht gespielt. Was wiederum bedeutet, dass ich echt kacke bin wahrscheinlich gerade. Aber okay, das ist ja... Ne? Das ist wie im Autofahren. Man fährt eine Woche nicht und dann fährt man wie die letzte Sau. Wo ist das? Nicht, dass ich jemals wie die letzte... Ist das hier rot? What the fuck? Was ist das denn für eine Kreuzung? Ne, ich muss gerade aus. Was ist das denn scheiß? Die blockieren da jetzt die ganze Kreuzung oder... Ich sehe nicht, ob grün ist. Ist das grün. Gut, dann zurück... Zurück auf die Straße. So, jetzt wollen wir mal hier. Richtung Zwolle. Ich fahr schon wieder echt wie der letzte Clown. Haltes Gefühl. Ja, was gibt es zu erzählen? Wie gesagt, viel zu tun gehabt. Es war ja jetzt die heiße Woche auch und so. Viel geschwitzt, viel gearbeitet. Aber gut. Wollen wir nicht darüber reden. Das kennt ihr ja bestimmt alle. Der wiegt nicht ab, ne? Der kann da langfahren. Wie geht es euch denn? Ich hoffe, euch geht es gut. Ihr habt alles gut überstanden. Die 4000 Grad, die wir so hatten. Und ich hoffe auch, dass es euch sonst gut geht. In allem, was ihr tut und macht. Und ja, aktuelles. Das besprechen wir immer erst, wenn wir auf der Autobahn sind. Das sind wir jetzt. Wir haben gerade in den Rückspiegel geschaut. Was ist das jetzt hier? Wo muss ich lang? Ich muss auf jeden Fall gleich nochmal nach Autobahn wechseln. Offenbar. Ja, also Dortmund-Technik hat es ja endlich wieder angefangen. Die Bundesliga ist wieder da. Jetzt haben wir wieder wirklich ein bisschen was mehr zu diskutieren. Und zwar den ersten Spieltag haben wir abzuhandeln. Da gab es ja unter anderem das Spiel Bayern München gegen Werder Bremen. Und da kann ich schon wieder nur im Kopf schütteln, wie sich Werder Bremen es erlauben kann, sich einfach komplett aufzugeben. Das ist, wie gesagt, es sollte Strafen für sowas geben. Ich finde, spielerisch verlieren die natürlich gegen Bayern München. Das möchte ich ja gar nicht bezweifeln. Aber diese völlige Selbstaufgabe dann. Und dann halt 6. Es hätte ja auch noch höher ausgehen können. Muss man ja auch ganz klar sagen. 6 zu 0 verlieren. Oder 6 zu 1. Ne, war glaube ich 6 zu 0. Ich bin mir nicht ganz sicher. 6 zu 0 war es. Das muss einfach nicht sein. Und ich finde, da sollten Strafen ausgesprochen werden. Wenn jemand sich so aufgibt und den Wettbewerb dadurch so ein bisschen verzerrt. Das kann einfach nicht sein. Ich erinnere an letzte Saison Mainz, die sich einfach mal dagegen gestemmt haben und sogar gewonnen haben. 3 zu 0 wäre okay gewesen, sagt jeder. Ja, ist dem Kader entsprechend. Aber diese 6 zu 0, diese völlige Selbstaufgabe. Ich finde, da sollte... Ich muss mal Licht anmachen. Ich finde, da sollte es einfach Strafen geben. Sowas wie... Ja. Werder Bremen. Nächstes Heimspiel. Ohne Zuschauer. Zack. Da haben wir 6 zu 0 verloren. Ja, richtig. Weil ihr 6 zu 0 verloren habt. Völlige Selbstaufgabe. Die dreh gegen Pimmel. Ihr könnt ja wenigstens ein bisschen Fußball spielen, ey. Ihr seid ja in der Liga. Und da kann man ja wohl erwarten, dass man wenigstens sich ein bisschen dagegen stemmt. Und ein bisschen taktisch hantiert. Und nicht jeden Zweitkampf verliert. Meine Fresse, ey. Die wieder reingegangen sind. Als wären sie gerade aus, weiß ich nicht, aus dem Urlaub wiedergekommen, ey. Ganz, ganz schrecklich. So. Hätten wir das Spiel abgehakt. Ich muss noch dazu sagen, Ancelotti. Sehr sympathischer Kerl. Also, der gefällt mir. Das ist endlich mal ein einigermaßen sympathischer Bayern-Trainer. Seit langer Zeit. Er ist bodenständig. Der ist... Scheint gut zu trainieren. Sieht man ja. Das würden die Bayern ja nicht wieder direkt so abrocknen. Was natürlich eigentlich noch kein Indiz war gegen Werder Bremen. Aber wollen wir mal abwarten. Ich glaube, jetzt kommt Schalke. Das könnte ja dann vielleicht zumindest ein bisschen... Obwohl, Schalke hat gegen Frankfurt verloren. Das war ja... Oh Gott, wie sie hochgelobt wurden. Ja, zu Anfang der Saison. Werden sie ja eigentlich immer vor der Saison. Ja, Schalke. Die werden sich fangen hier. Vielleicht sogar Titel-Aspiraten. Zumindest mal Dortmund und Bayern-Verfolger. Möp! Sag ich nur. Möp! Regt mal schön hier in Frankfurt. Ne Klatschi. Was ist das denn jetzt hier schon wieder? Das kann es doch nicht sein hier. Überholen jetzt. Da kommt doch niemand. Meine Fresse. Was zuckern hier lang? Ey, das geht so gar nicht. Ja, also wie gesagt. Schalke hat mal wieder in die Scheiße gegriffen. Ach, das freut mich einfach, dass sie sich niemals in ihrem Leben fangen werden. Niemals deutscher Meister. S04. So, ja. Dann gab es natürlich das wichtigste Spiel des Wochenendes. Borussia Dortmund gegen Mainz 05. Und ich sage es euch direkt klar raus. Ich konnte es nicht sehen. Ich kenne nur die Highlights. Ich kann wenig zum Spiel sagen. Was ich gehört habe, ist, dass Schürrle ganz gut war. Dembele macht so ein bisschen noch auf... Er ist halt noch jung. Er gibt nicht ab und verspielt sich öfter. Er ist aber antrittsschnell und wendig. Und mit dem werden wir wahrscheinlich noch viel Spaß haben. Wie ist das eigentlich aus dem Schlafen? Zang? Alles gut, ne? Ähm, ja. Und Schürrle hat aufgedreht. Zwei Torvorlagen gegeben. Was natürlich sehr nice ist. Ich habe mir den jetzt auch bei Comunio gekauft. Der ist direkt mal um, ich glaube, eine knappe Million gestiegen. Was für mich sehr nice ist. Nachdem ich so viel Minus gemacht hatte mit ähnlichen Spielern. Ach, jetzt wächst es jetzt den, wo ich runtergegangen bin, ne? Mit dem Komplas. Ja, ja. Ich bin eine Sau. Ähm. Oh, ich muss drüber. Ja. 2-1 gewonnen. Wahrscheinlich verdient. Da gab es am Ende dann noch... War das ein Elfmeter für Mainz? Ich glaube schon. Der ging halt... Ne, für uns wird ein Elfmeter. Wir haben noch ein Tor gemacht. So. So war es. Und, ähm. Ja, jetzt ist natürlich beschissene Länderspielpause gewesen. Ähm. Darüber können wir auch noch kurz reden. Götze hat ja dann, obwohl er in Dorf nicht gespielt hat. Beziehungsweise nicht mal im Kader war. Äh. Hat er dann von Beginn an direkt gespielt für die Nationalmannschaft. Und soll, ich habe das Spiel wiederum auch nicht gesehen. Äh. Ganz gut gewesen sein. Gut, es war gegen Finnland. Blablabla. Aber, ähm. Hat, glaube ich, auch zwei Torvorlagen gegeben. Beide Tore. Und, äh. Das ist ja ganz okay. Da kann man sich dann, ähm. Ein bisschen drauf freuen, dass er jetzt vielleicht dann in Dorf. Und, äh. Gegen, äh. Leipzig zumindest mal im Kader ist. Da bin ich nochmal gespannt. Das Leipzig-Spiel werde ich wahrscheinlich auch nicht sehen können. Weil da Pütz ins Markt ist. Und, äh. Das ist auch noch das Abendspiel. Und da bin ich auf Pütz ins Markt. Wer nicht weiß, was Pütz ins Markt ist. Tja. Dem sei Google ans Herz gelegt. Dem, ähm. Sei auch gesagt. Was ist los mit dir? Warum kennst du Pütz ins Markt nicht, Alter? Ja. Bestes, bestes Wochenende im Jahr. Da freu ich mich drauf. Wenn einer von euch da ist, könnt ihr mir Bescheid geben. Ich geb euch ein Autogramm. Guter Witz. Ja, was gibt's sonst noch zu erzählen? Fußballerisch hatten wir, glaube ich, soweit dann alles. Gab's noch irgendwelche Überraschungen? Hm. Hamburg-Ingolstadt. Nö. Das war keine wirkliche Überraschung, würde ich sagen. Was wäre denn noch so gespielt? Ach ja. Da gab's noch die lustige Aktion der Hoffenheim-Fans gegen RB Leipzig. Ja, das war eigentlich sogar witzig, wenn es nicht dieser Drecksklub wäre. Aber egal. Es war trotzdem sehr witzig. Hätte ich nicht für möglich gehalten, dass die so viel Selbstironie besitzen, die besagten hoffenheimischen Fans. Fand ich gut. Fand ich gut. Daumen hoch. War eine gute Aktion. Wenn ich weiß, wovon ich rede, googelt mal, was weiß ich, Hoffenheim-Leipzig-Stadion-Oder-Banner oder so. War auf jeden Fall ziemlich witzig. Dann gibt's bei RB TV, die ja jetzt auf YouTube gezogen sind, also Rocket Beans TV, da gibt's ja jetzt endlich auch wieder Bundesliga jeden Montag. Kann ich mal gut Werbung für machen. 20.15 Uhr. Ich glaub, mittlerweile fast zwei Stunden lang. Bundesliga. Mit Etienne Gaddé, Tobias Escher, Ralf Gunesch und Nils Bromhoff. Da werden die aktuellen Geschehnisse der Bundesliga fachmännisch diskutiert und auseinander klabustert. So, ich muss jetzt hier runter, Richtung Europort. Denn wir müssen ja zur Fähre. Da haben wir den Auftakt ja auch schon erledigt, ne? Eigentlich. Müssen wir wahrscheinlich da noch zweimal um die Ecke fahren. Und dann, sie mögen schon. Ach, das ist so einfach. Ja, 6.500, zack, einfach eingestrichen hier. Oh, spannend. Unfall haben wir, glaub ich, bis jetzt nicht gebaut. Müsste ja eigentlich fast schon ausgezeichnet kommen. Wo muss ich hin? Also, die Google-E hier rauf. Alles gut. Und wenn wir den Auftrag gemacht haben, dann kümmere ich mich mal wieder um das Wesentliche, nämlich schlafen und Benzin, dass wir da erstmal wieder voll sind und dann den neuen Auftrag entgegennehmen. Und dann geht es direkt weiter. Schauen wir mal, was es denn von Hull aus zu liefern gibt. So, jetzt sind wir gleich am Europort. Jetzt ist es dunkel. Wir waren ja schon mal hier. Ich kann mich gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Wobei, doch, so ein bisschen schon. Jetzt, wenn ich das hier sehe. So, ich sollte mal ein bisschen vom Gas gehen. Das ist hier, hier ist 50. So, dann müssen wir hier abbiegen. Ah, ein bisschen viel Platz gelassen da. Sicherheit geht vor. Hier beim Trucken, ey, das sag ich euch. Äh, so, hier rein. Zack. Und hier herum. Warum blinge ich eigentlich? Wie geht es mir hier herum? Und dann sind wir auch schon an der Fähre, liebe Freunde. Das ist doch schön. Das ist doch schön, schön, schön. Wir haben uns letztens wieder gelesen, hat wieder jemanden gefragt, ob ich aus Hamburg komme. Ne. Definitiv nicht. Auch wenn ich manchmal mich so anhöre, aber nein. So. Äh, wir müssen nach Hall. Für neun, das müssen wir jetzt selber zahlen, ne? Ah, das habe ich nicht bedacht. Das ist natürlich dann eine kürzere Strecke für uns, aber wir müssen natürlich auch tausend Euro zahlen, verdammt. Da habe ich jetzt, ich denke immer, da steht abbrechen. Nicht aufbrechen. Aber gut, das steht aufbrechen. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das dann letztendlich alles rentiert. Hm, ja. Dann, hier wollen wir wieder fünf lang, würde ich sagen. Oder vier. Und ab geht's. Siehst du, da sind wir wirklich nur zweimal um die Ecke gefahren. Jetzt ist wieder, warte mal, jetzt muss ich mich hier wieder umgewöhnen, ne? Hier wieder linksverkehr. Ist doch so, oder? Ich hoffe es. Ich habe mich das jetzt hier auf den Sack gekriegt. Auf den Sack gekriegt. Ja. So, da müssen wir da rein. Unterliefern mal das Desinfektionsmittel ab. Und so wie das hier in Hall aussieht, kann ich mir auch denken, wofür das ist. Für alles. So. Da müssen wir es hinbringen. Okay. Oh, 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 oh. Vorsichtig, Freddy. Aufpassen hier. Nein, nix. Ich mache das selbst. Jetzt kriegen wir hin. Nicht von gestern hier. So, erstmal andere Kamera. Können wir doch noch was nach vorne hier. Das sieht aus der Fahrerkabine sowas von anders aus. Ist krass. So, dann legen wir mal den Ruckwärtsgang rein. Und schauen mal, wie wir das hinkriegen. Ob wir das hinkriegen. Ich glaube, so kriege ich es nicht hin. Aber. Mal suchen. Sag mal. Was ist hier eigentlich los? Warum hat er denn den. Was war das denn? War sehr komisch. Gott, lange nicht mehr gespielt. Ihr merkt das schon. Ah, komm, das sieht doch ganz gut aus. Ich kann auch noch nicht mosern hier. Bäm. Absatteln hier einmal. Und dann schauen wir mal. Ausgezeichnet. Hahahaha. Sehr schön. Plus 6551. Und sogar Level 11 geworden. So muss das sein. Ach hier. Können wir uns wieder was aussuchen. Ähm. Hier so. Just in time Lieferung können wir machen. Denn da sind wir immer top drauf. Top. Hö. Was macht mein LKW? Hat er jetzt einen Schaden genommen. Will ich nochmal nicht hoffen. So. Erstmal wieder in die Fahrerkabine. Hier können wir uns auch direkt. Gucken wir mal was die hier anbieten. Vielleicht können wir hier direkt. Eingabe. Was haben die hier? Verdiene. Ja. Ähm. Dringende Lieferung. Das geht aber. Das geht aber hier nach Finnland. Oder nach Italien. Finnland. 33,66 pro Kilometer. Ist natürlich nice. Oder halt wieder eine kurze. Hier nach Flensburg. Deutschland. Also mal. Im Vergleich hierzu sind das 10. Fast 10 Euro mehr. Dann müssen wir durch Schweden. Und dann durch Finnland. Finnland waren wir halt auch noch nicht. Ist eigentlich auch schön. Oder? Sollen wir das machen? Dänemark, Schweden, Finnland? Guck mal hier. Da geht es durch die. Ja. Ich weiß nicht. Ob wir das in Finnland auch Fjorde. Fjorde ist ja eigentlich hier sowas. Ja. Das ist halt Seenlandschaft. Würde ich mal fast behaupten. Aber das ist doch auch schön. Wollen wir mal das machen? 1.000 Kilometer Seeweg insgesamt. Fahrtstrecke 1.200. Fährpreis wird sich auf knapp 3.000 belaufen. Was dann, ja. Den Braten nicht wirklich fett macht. Ich würde sagen, das nehmen wir an. Wir müssen halt jetzt echt darauf achten. Ist das gleich auch noch verfügbar? Weil dann würde ich jetzt erst, bevor ich das annehme, tanken fahren und schlafen fahren. Das ist glaube ich sinnvoll. Wir müssen jetzt nur mal gerade auf die Map gucken. Wir sind im Horror. Was gibt es denn hier überhaupt? Was gibt es denn hier überhaupt? Hier gibt es auf jeden Fall mal ein Fragezeichen. Das können wir aufdecken. Dann können wir hier schlafen gehen. Und tanken können wir hier aber noch nicht. Aber gut, das können wir auch auf der Autobahn machen. Das ist kein Ding. Hauptsache schlafen. Wir fahren hier mal auf jeden Fall zu dem Ding. Und dann fahren wir hier pennen oder so. Was ist das eigentlich? Das ist grün. Nicht sicher. Egal, wir fahren mal dahin. Alter, willst du mich verarschen oder was? Du siehst doch, dass ich gerade habe auspacken bin. Du scheiß Typ. Hast mit meinem fucking LKW zersaut. Ey. Der ist mir einfach reingefahren. Das ist doch nicht meine Schuld. Dass ich mich hier nicht umgucke. Blöde Sau. Jetzt muss ich auch noch zur Werkstatt wegen dir. Das kostet Geld. Viel wahrscheinlich. Hast mir da vollkommen in die Front gefahren, ey. Einfach BAM. Hab ich überhaupt nicht gebremst, wa? Du blöde Scheißsaue. Das gibt es überhaupt nicht. Ey, das ist doch nicht witzig, weißt du? Wo muss ich denn hier hingucken, mit dem Rechts-Links-Verkehr? Was weiß denn ich? Ja, ist alles frei. Kann ich jetzt bitte fahren oder was? Rex Mist. Scheiß. Kommt mir jetzt wieder einer da reingebraust? Ey, England, ne? Rex Mistland, ey. Scheiß Piss fressen, ey. Ich bin froh, dass sie raus sind aus der EU. Dreckigen. Wo muss ich denn jetzt hier lang? Oh Gott, Sodom und Gomorra. Alter. Ist das ein Ungenuss? Tja. Gibt es da nicht echt. Alter, ich muss hier rüber. Lass mich rüber jetzt. Ihr Pimmelgesichtigen Scheiß-Engländer. Fressen, ey. Das gibt es ja gar nicht. Hier, weg. So schnell wie möglich, ey. Schlimmste Land. Schlimmste Land, echt. Der hat Grün. Geht doch. Muss ich den jetzt vorbeilassen? Ja, ne? Ah! Was macht der denn? Blinkst du oder nicht? Ey. Ich habe nicht gesehen, dass er blinkt. Oh! Du musst mehr aufpassen, oder? Was haben wir hier? Job Center. Toll. Arbeitsallengebüro. Lücken ja mal. Scheiße, warte. Du musst lang. Da aus. Alter, das gibt es doch nicht, ey. Einmal in England, direkt zwei Unfälle. Das kann es doch nicht sein. Pimmel da vorne, echt. Ich wollte es auf jeden Fall noch gucken, was das Grüne ist. Da kann ich auch pennen. Das ist alles nicht so einfach hier mit dem Umgucken. Ich habe es auch immer noch nicht umgestellt. Ich wollte ja mal auf Kastatur stellen. Aber ich bin so an die Maus gewohnt. Gewöhnt. So, was haben wir denn? Was ist denn das hier? Ist das vielleicht ein Ding, was man kaufen kann oder so? Ja, Bordstein, Alter. Kein Bordstein würde sowas auslösen. Aber hier in England, da ticken niemanden an. Was kann ich hier machen? Diese Garage steht für... Legt mich am Arsch. Wo kann ich hier pennen? Hier ist doch so ein Pen-Ding. Wahrscheinlich nirgends, ne? Wahrscheinlich nirgends. Lassen wir es einfach. Ehe ich mich jetzt hier wieder verfranse. Das war knapp. Wir pennen da bei der Werkstatt. Da finden wir bestimmt einen richtigen Spot. So, mal gucken wir, was das jetzt wieder kostet. Also, ich sage, wir kommen nicht weg mit unter 10.000. Das kann es nicht sein, ey. Zum Heulen. Es ist zum Heulen. So, wo ist denn hier die Werkstatt? Liebe Freunde. Ah, hier sind auch Schlafplätze, glaube ich. Machen wir erst mal das Businessmäßige. Bitte mal einmal meinen Truck reparieren. Oh Gott, mir graut es vor den Zahlen jetzt. Mir graut es. 7.000. Das ist aber auch viel. Aber was sein muss, muss sein. Wir wollen immer hier einen Top Truck haben. Ich will nochmal gucken, ob ich hier meine Fahrerkabine irgendwie anpassen kann. Aber ich glaube ja nicht. Das sind alles ja nur Außenlackierungen. Sonnenblende, Fahrerschild. Ich will halt hier eine andere Farbe haben eigentlich alles. Nicht sicher. Lassen wir es erst mal. Reicht. Wir haben ihn repariert. Fahren wir halt mit unserem Weißen. Soll ich aber irgendwann mal Licht annehmen? E. Eingabe. Zack. Einmal bitte schlafen. Da holen wir uns den Auftrag und fahren dann direkt los. So, wo war denn das jetzt für den Auftrag? Moment. Ach, da hinten. Okay. Sollte wieder Licht anmachen? Sollte ich die Ampel hier nicht. Alter. Alter. Meine Güte. So wie gesagt, tanken machen wir auf der Autobahn. Und wir da was sehen. Ich hoffe, den Auftrag gibt es noch. Der war ja dringend. Nicht, dass der jetzt weg ist. Das wäre schade. Der war echt nice. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt, dass man vorher pennt. Tick die Zeit von dem Auftrag nicht trotzdem runter. Weil der ja fest ist. Man soll es dann und dann hinbringen. Wenn ich jetzt penne, ist es genau das gleiche, wie wenn ich gleich penne, oder? Könnte ich mir vorstellen. Eigentlich ist es sinnlos, dass man es mit vorher pennen geht. Alter, der LKW knallt so durch, wenn man keine Ladung hat. Da muss man sich auch erstmal dran gewöhnen hier. So. Was habt ihr hier für mich? Habt ihr das noch? Was machen wollt? Ursprünglich. Warte mal, ich mach direkt clever hier. Ich rede direkt. Weil da ist ja bestimmt die Ladung, die ich dann annehmen muss. Ich fahre mal der Holtplätze an, bitte. So, schauen wir mal. Fragt Marc, was habt ihr für mich? Habt ihr den Auftrag? Ach, da ist er ja. Ach, das ist er ja nicht. Nee, das ist er nicht mehr. Das ist er nicht mehr. Der war 33 irgendjetzt. Ist auch Finnland, aber es war, der andere war besser. Scheiße. Echt direkt. Ah gut, aber da hätten wir wahrscheinlich auch nicht gepackt. Wir können auch einfach mal Erdnussbutter nach Groningen bringen. Oder machen wir das trotzdem, oder? Das ist halt dann nur 43.000 oder 46.000. Das ist eine Standardlieferung mit hochwertiger Fracht. Wir haben ja einen richtigen Klabustermann hinten drauf. Der Timer ist abgelaufen. Wir nehmen die an und würde ich sagen, fahren dann in der nächsten Folge richtig los. Sollen wir die Fracht noch dran hängen? Komm, wir hängen die Fracht noch dran. Das ist ja easy peasy, ja. Und dann geht's auf nach Finnland. Ein großer Auftrag, der mein Unternehmen nach vorne bringt. Hoffentlich nach vorne bringt. T drücken, anschnallen. Und dann würde ich sagen, liebe Freunde, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sind, nächsten Samstag hören wir uns wieder. Hoffe ich. Wie gesagt, da ist Pütz ins Markt. Aber ich könnte das vorher aufnehmen. Vielleicht nehme ich da nicht Freitag auf, sondern wann anders. Aber guck mal, wird auf jeden Fall, ich denke schon, dass es kommen wird. Ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und sage tschüss. Bis zum nächsten Mal hier beim Eurotruck Simulator. Macht es gut, euer Brilli. Tschüss.